Hallo, ich bin Michaela Schafrath und ich drehe heute bei der Soko Köln. Wir sind hier im wunderschönen Köln im Media Park und wir drehen heute in diesem großen Gebäude, das ist nämlich das ehemalige Gebäude, wo die Emy drin war. Da haben wir jetzt unsere Arztpraxis aufgebaut. Das ist ein Passagefeld, Schlaggeldplan. Es ist halt noch Raum, um euch zu entfalten. Wir befinden uns ja am Set von Soko Köln. Wir drehen heute die Folge Zahn um Zahn. Und wir haben gerade das erste Bild und jetzt geht's gleich los. So, das erste Bild haben wir jetzt fast im Kasten. Es muss jetzt gerade umgebaut werden, weil man nämlich dann die Kamera auf mich richtet. Ich zeig euch doch jetzt einfach mal so ein bisschen das Set. Die Leute haben Spaß bei der Arbeit, deshalb gerne. Das ist das aktuelle Set im Moment. Hallo, ich drehe gerade für YouTube. Wer möchte gefilmt werden? Oh ja, natürlich. Wie schwer ist denn so eine Kamera? Ja, das sind jetzt so 30 Kilogramm. Ich suche den Regisseur. Ja, und Heimkino ist auch ganz schön. Und da ist der Regisseur. Stellen Sie sich doch mal vor, bitte. Ich bitte jetzt Turn-Up in der Gleichhorn. Christoph, freut mich. Ja. Alles! Gut. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, liebevolli. Was schenkt hier? Ich krieg neue. Jetzt verkinseln.